kannst du bitte orange saft trinken okay wir trinken orange saft 100 prozent fruchtgehalt aufmacher schütze da steht trinken also ich soll es nicht ächsen ich soll es trinken dann nehme ich hier so ein kleineres glas ich hätte hier eine größere gehabt aber er will ja dass ich trinke und nicht ächsen ach das ist geil das sieht doch schön klar aus das kleine glas ächsen wir weg ich liebe orange saft wer mag auch orange saft so was als nächstes Untertitelung des ZDF für funk, 2017